Moin Leute, Servus, es geht weiter mit mir, der Morg, allerdings nicht auf diesem Kanal und auch nicht mit Let's Plays. Ich habe mir einen neuen Kanal gemacht, auf dem werde ich jetzt in Zukunft Commentaries machen. Warum Commentaries? Es ist so, ich habe derzeit auf jeden Fall wieder einen sehr, sehr viel freieren Kopf als noch vor einem Monat und habe wieder wirklich Lust und auch mehr Zeit, was zu machen hier auf YouTube. Allerdings dachte ich mir so, hmm, Let's Plays, das habe ich jetzt so über ein Jahr gemacht und irgendwie ist es, ja, ich will nicht sagen, ausgelutscht, aber es macht mir nicht mehr so viel Spaß. Ich habe megamäßig Bock auf Labern, aber jetzt nicht unbedingt Bock, wirklich da jetzt ein Spiel rauszupicken und das von vorne bis Ende durchzuzocken und das live zu kommentieren, sondern ich habe irgendwie mehr Bock hier Gameplays ranzuholen und ein bisschen über ein Thema zu quatschen, vor allem auch mit anderen Leuten und das war auch so ein Grund dafür, warum ich mich jetzt dazu entschlossen habe, Commentaries zu machen. Ich dachte mir, so kann man wirklich sehr, sehr einfach mal Gastkommentatoren einladen, Zuschauer zum Beispiel auch, ja, es müssen ja nicht irgendwie andere Let's Player oder Commentary-Leute sein, sondern auch Zuschauer, ja, das wäre mal eine feine Sache, finde ich. Wenn man sagt, hey, wer hat Bock hier bei meinem nächsten Commentary dabei zu sein, ja, schreibt mir eine PN oder so, wie auch immer, je nachdem, wie groß halt der Antrag dann wäre, ähm, es wäre halt eine echt feine Sache, so könnte man ein bisschen mehr interagieren und zum anderen kann man auch, finde ich, äh, besser mal ein bisschen Promotion machen für andere Leute, in der man sagt, hey, wenn ihr Bock habt, dürft ihr mir gerne gute Gameplay-Videos schicken von irgendwelchen Spielen und dann wird natürlich auch, ähm, beim Commentary erwähnt, von wem das Gameplay ist, ja, und natürlich auch der Kanal verlinkt, so kann man ein bisschen, äh, Promotion betreiben für die Leute, ja, und das sind halt so Gründe gewesen, warum ich mich jetzt dazu entschlossen habe, Commentaries zu machen. Erstmal die Lust ist halt eher da für Commentaries, dann die Interaktion mit anderen Leuten, mit anderen Kommentatoren, mit Zuschauern und halt auch diese Promotion-Schiene. Ich bin ja einer, der eigentlich sehr oft Promotion betrieben hat, ähm, und so kann man das, ja, immer mal wieder easy einbauen, wenn halt dann ein Commentary, äh, ein Gameplay kommen sollte von einem Zuschauer oder von einem anderen YouTuber, wie auch immer. Und ja, soviel dazu auf jeden Fall, ähm, wann es losgeht, kann ich nicht genau sagen, aber sehr bald auf jeden Fall. Und meinen Kanal, den neuen Kanal natürlich, habe ich hier im Video verlinkt, ich habe ihn in der Beschreibung verlinkt, ich habe ihn in meiner Subbox verlinkt und überall, wo man denn verlinken kann. Ähm, wäre natürlich richtig geil, wenn jeder, der jetzt wirklich das Video sieht und auch Interesse hat, ähm, bei mir abonniert, klar, ich bin da jetzt, äh, offen und ehrlich zu euch, ja, das wäre halt natürlich eine super Sache. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, man sieht sich dann auf dem nächsten Kanal, ich hoffe, ähm, ja, dass der Neuanfang glückt und dass er auf, ähm, Zuspruch stößt von der Community von euch, weil das ist ja das Allerwichtigste auf YouTube, die Community, jeder ist nur so viel, wie seine Community ist im Endeffekt. Gut, Leute, dann bis bald auf Morgmentary, ja, ich weiß, sehr kreativer und vor allem auch innovativer Name. Bis bald, ich freue mich drauf, ciao.